Die Unstoppables und das ist ein kostenloses Smartphone-Spiel, was von einer Stiftung aus der Schweiz entwickelt wurde und in dem Spiel geht es um körperliche Beeinträchtigungen. Die Spielerin spielt vier Charaktere auf einmal, die mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen zu kämpfen haben und sie muss diese so kooperieren lassen, dass sie gemeinschaftlich ein Abenteuer lösen können und eben unterschiedliche Hindernisse meistern. Und das Spiel lässt sich ganz gut in den Unterricht integrieren, weil es a in mehrere kleine Level unterteilt ist, sodass man es auch in einer Einzelstunde behandeln kann, weil es b keinen Zeitdruck mit sich bringt, das heißt man kann es auch gemeinschaftlich hier mit einer Klasse machen und es dann über BIMA visualisieren und c passt es natürlich gut in einen Politikunterricht, zum Beispiel für die fünfte Klasse, wo es um Zusammenleben und Inklusion geht. Mut und Freude zu experimentieren und eine gewisse Flexibilität im Problemlösungsdenken, denn in Computerspielen ist es ja so, dass das Scheitern nicht unbedingt ein Problem ist und auch keine negativen Folgen für mich jetzt im Alltag hat, sondern es ist eher ein essentielles Element von Spiel und es fordert heraus oder spornt dazu an, weiter zu agieren und das kann natürlich auch helfen, Ängste in Bezug auf Scheitern zu reduzieren. Das ist ja generell ein wichtiger Punkt, dass man schauen kann, was darf ich an welcher Stelle ausprobieren und was nicht und da sind schon viele Personen oder gibt es einfach an vielen Stellen sehr viele soziale Normen, die uns davon abhalten, auch mal kreative Lösungswege einzugehen und Computerspiel macht es leicht in dem Moment und das ist auch in den meisten Spielen für mich als einzelne Person erstmal nur sichtbar und das Spiel ist unparteiisch. Also wenn ich es falsch mache, ist es dem Spiel egal, es geht nur in dem Moment nicht weiter und es springt wieder zu einem Punkt zurück und das lässt mir einfach viel mehr Möglichkeiten zu experimentieren.